Du fängst also an, betrunken einen nüchternen Menschen zu spielen, was definitiv in die Hose geht. Und ich wusste aber, ich muss aus dieser Situation raus. Es ist viel zu peinlich, ich war aber viel zu besoffen, um einfach zu gehen. Also habe ich den einzigen Move gemacht, der jede Frau auf der ganzen Welt aus jeder brenzligen Situation bringt. Ich habe einen Anruf gefakt. Normalerweise Königsdisziplin kann ich sehr, sehr gut, auf dem Nachhauseweg vor allen Dingen. Falls mir jemand entgegenkommt, so, ja, ich komme gerade vom Kung-Fu und ich habe gelernt, wie man mit der Handkante den Hoden vom Körper trennt. Ja, gar nicht. Ich war einfach zu besoffen. Deswegen war das Ganze grottenschlecht. Grottenschlechtes Schauspiel. Ging schon mega beschissen los. Ich so, oh, da klingelt ein Telefon. Hallo? Und dann habe ich so zehn Minuten Telefonat improvisiert, bis ich gemerkt habe, ah, Display von außen am Ohr. Und dann habe ich so zehn Minuten Zeit, bis ichiones Vielen Dank.